Und jetzt kommt die Berührung bei der deutschen Indoor-Meisterschaft 2018 hier in Kentwich zum Rennen 9. Frauen 19 bis 29 Jahre, herzlichen Glückwunsch zu Bronze, Mara Neber, Lübecker Rudergesellschaft. Auf dem Silberrang präsentieren wir eine Dame aus Osnabrück. Applaus und Glückwunsch für Johanna Heile. Applaus and rage. Applaus and rage. Und die deutsche Meisterin im Enderhudern 2018 bei den Frauen von 19 bis 29 Jahren kommt aus Münster. Applaus, Glückwunsch Luisa Nerschulte. Applaus and rage. Applaus und rage. Applaus und rage. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.